Hallo, mein Name ist Markus. Willkommen im Urban Nation Museum vor einer Arbeit von Martin Watson aus Norwegen. Watson benutzt Schablonen und Watson arbeitet mit Kontrasten. Kontrast zwischen bunt und schwarz-weiß, Kontrast zwischen wild und uniform. Und er fordert uns auf Position zu beziehen. Auf welcher Seite stehen wir? Am Ende geht es aber auch darum, die Welt bunter zu machen und den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017